Ich bin ja jetzt gespannt. Ich werde es hassen. Soda hat es gefeiert. Soda und ich mögen die Spiele nicht, die der andere mag. Aber dadurch decken wir halt mehr ab. Soda und ich sind ein gutes Team. Oh ja, es wird Schladezeiten. Ich merke es immer wieder in den Porten. Das heißt, ja. Oh, das sind die Volver-Game. Okay. MP2. Also ich hätte einen MP3-Player. Was ist ein MP2? Automatisch-Safe-Function. Ja. Ja. Okay. Lad Demo am PC. Ich habe jetzt alles auf der Switch geladen. Die Mucke ist gut. Okay. So, was kannst du denn? Na? Na, guck mal. Ich habe sogar Deutsch. Kamerarbeit. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das hasse ich. Wie die Pest. In jedem Spiel. Hoch, runter, links, rechts. Ja. Springen. Springen oder abbrechen ist B. Ich habe jetzt schon anfangen, wenn ich das lese. Was ist ein ZR? Das ist ja. Drei Farkens Y. Bestätigen A. Das klingt schon widerlich. So, mal gucken. Hä, doch, ein bisschen was außen für die Fields. Nee. Da kommt wie von. Wenn es wackelt. Kann ich gar nicht ab. Ihr seid lustige Kartoffeln. Ach so. Nee. Wir sind auf einmal noch bewusstlos. Oh, guck mal. Da steht Shadow. Das ist ein Sonic Game. Wir leben aber. Guten Morgen. Alles weg. Unser Zelt. Macht, by the way, noch nichts. Das ist noch alles automatisch. Gut, dass der Bohrleiter war. Das ist ja. Toller Zufall. So. B verbohren. Ich komme da nicht durch. Nee, ZR verbohren. Nein, sie hat schon nicht. Ach so. Bonk. Ach so. Man kann aber nicht überall durchbohren. Okay. Mit dem dicken Border hier einfach alles kaputt machen. Das ist cool. Oh Gott. Und. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das macht Spaß. Mal gucken, ab wann es mich aufregt. Das ist wirklich eine witzige Mechanik. Ne? Hap. Wenn ich aufhör zu drücken, passiert. Ich kann aber nicht hier drin bleiben. Ich mache nämlich eigentlich nichts. Okay. I see. Wait, wait, wait. Wie habe ich das gemacht? Oh. Oh. Sollte ich ihm sagen, dass er, äh, dass das eine Mechanik im Sonic-Game ist? Nein. Oh, verdammt. Shit. Sonic kann nix. Komm, ich kriege den nicht. Nein. Ja. Oh, okay. Boom. Äh. Niau. Ich mache mich kaputt. das habe ich schon rausgefunden spiel mit dem dash kann es noch nicht okay also also das ist eigentlich Das ist wirklich funny, das Game. Aus Prinzip töten. Das macht Spaß. Weil man einfach alles kaputt machen kann. Ah. Ups. Wie ist der? Da, da. Oh, guck mal. Hab ich nicht mal gesehen. Das war Zufall. Upsi. Hab deine Rüben kaputt gemacht. Läuft ich das? Der ist groß. Drum läuft deine Riese. Eine Kanone. Oh. Wundern. Ach so, ich bin hier. Das ist voll nicht nett, dass wir seine Bude hier kaputt machen. Aber er hat einfach Loot zu Hause. Das wird einfach scheiße gelaufen für ihn. Oh. Vicky, ich hab geht zurück. So. Ich muss der Maulwurf verhungern. Ja, und was ist schuld? Arno. Wenn Arno nicht wär, könnte der Maulwurf jetzt seine Freundin einladen. Oh, da ist Blut. Das sieht mir doch noch Boss aus, oder? Oh. Und Plunk. Nyaaam. Ich hab einen Schlüssel. Nyaaam. Das ist dumm. Ich lieb's. Hopp. Hopp. Und da. Wir haben alle fünf Münzen gefunden. Was passiert jetzt? Oh. Guck mal, Sosa. Ich hab ein Level abgeschlossen. Sogar alle Coins. Tide Mode? Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. So. Und das haben wir. Wellen Canyon. Ich bin halt einfach God Gamer Dave. Möchtest du als Motor benutzen? Nee. Kann ich ersticken. Was denn ist da oben? Was denn ist da oben? Eine Anzeige. Da ist schon Tops. Okay, das macht Schaden. Es geht nicht kaputt. Das ist ja scheiße. Ähm. Puh. Ja, das läuft nicht so gut. Oh, das ist ein Bonfire. Oh, ähm. Oh. Ich hab schon eine verloren. Äh, verloren. Übersehen. Hm. Mh. Mh. Ah. Das ist okay. Was ist mit meinem HP passiert? Warum ist mein HP-Leist so dick geworden? Ja, komm ich nicht mehr hoch, ne? Oh, boi. Ah. Ah. Ja, das könnte gehen. Aber. Okay. Boing, 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 boing. Tja. Ist gemein. Wie wird das gemacht? Nein. Das mag ich schon nicht mehr das Level. Da muss man irgendwie aufpassen. Ich hab Diamonds gefunden. Oh Gott. Oh. Hallo. Winter. Guck mal, über den Mann haben wir vorhin gewählt. Oh. Ja, ich krieg gleich den Schraudort. Moment. Wieso haben wir vorhin über dich gewählt? Ähm. Herbst, welches Spiel war das? Herbst verjessen. Ender, irgendwas. Das hab ich doch besürzt. Ender Lilies. Genau. Herbst meinte, du empfiehlst Ender Lilies. Da kommt irgendwie Ender Chicago? Fast. Was haben wir getrieben? Was haben wir getrieben? Welheim. Ich hab das vorhin sogar noch gelernt. Ender Lilies. Das ist klasse. Ja, der kommt. Ist das ein neuer Teil? Oder das? Da gab's irgendwas vorhin auf der Nintendo Direct. Und hier mal Ender Lilies. Ihr habt nicht so ganz aufgepasst. Ja, Nachfolger. Genau. Nachfolger. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab's ja schon recht. Hast du da Bock drauf, Winter? Erzähl doch mal. Warum ist Ender Lilies toll? Und was hast du denn... Wann hat er ihm getan? Mir spielen ja die Demos an. Von der Nintendo Direct. Naja. Oh Gott. Ich möchte ihn töten. Sind die schon immer so in ihre Skelette zerplumpst und ich hab's einfach noch nicht gesehen? Okay, das gibt Trappee. Ender Magnolia. Ender Lilies 2. Ja. Das wär doch was für dich dann. Ja, Level 2 lief nicht mehr ganz so gut, ne? Aber ich hab's geschafft. Winter hat mich zurückgebracht. Ja, ja. Oh, das lockt. Und das auch lockt. Kuliositäten laden. Also Stück B. Heiß Nintendo Spiele! Wirklich? Gacha Game? Mehr HP. Mehr HP. Achso, ne. Es ist einfach nur ein HP. Dingspunkt. Kaufen. Was hab ich jetzt gekauft? Wie, was? Sticker. Ein Sticker. Ah. Ah. Wir sind gerade zwei Stunden lang durch den Nebel von Valheim geirrt und haben jede Menge neue Sachen gefunden. Aber nicht viel Neues freigeschalten. Oh. Hab auch erst 4,5 Gigabyte verbraucht. Hab also noch 1,5 Gigabyte. Wenn du so weitermachst, nicht. Goldmünze. Ich will aber keine Sticker. Verkauf du mir nochmal was. Hey du. Verkauf mir was. Mach deinen Topf kaputt. Nein, das will ich nicht. Vielleicht hab den Topf kaputt gemacht. Ich hab nen Bohrer. Verkauf mir jetzt was. Soll ich bohre in dich rein? Das ist ja kacke. Nahling 2. Okay. Ja, wir haben die Nintendo Direct geguckt. Und dann den Elden Ring Trailer. Ne, aber das ist aus dem Locked. Der Scheusalberg. Sollten wir noch ein bisschen Datenvolumen für die Serie bei Malf? Sonst wird das blauig. Wieso ist da was explodiert? Ich hab nicht aufgepasst. Winter, was sagste? Zum Elden Ring Trailer. Ich hab den jetzt gerade erst ganz frisch gek... Oh mein Gott. Das ist aber nett, dass man hier Minen... Äh... Oh wie. Mit diesen Minen. Das ist ja... Jetzt hab ich ja zwei Leute da, die ewig an Malenia gesessen sind. So, aber wie viel Kode hattest du noch mal? Ah, got it. Klatsch. Ja, das sieht voll nach Yashis Island aus. Ah, hab ich gar nicht mehr im Kopf. Ich will nicht drüber reden. Elden Ring Trailer. Geil. Holst du dir die Figur? Oder sagst du... Sowa meinte die kostet 250. Alles sind, was ich wollte. Ja. Was wollte ich? Ein Release-Datum und mehr Elden Ring. Was ist denn mehr? Das reicht eigentlich schon. Ich hatte 340 bis zu Malenia und 650 danach. Alle Tode übers komplette Spiel wird ihr nochmal verdoppelt. Oh mein Gott. 12 Stunden. Ja, ich hab erst 2 Tode an Malenia. Wie gesagt, ich hab das ja vergessen. Weil ich gesagt hab, die mach ich später. Und als dann... Fuck... Später war, hab ich vergessen, dass die noch existiert. Da war's dann so... Geil, endlich durchgespielt! Und war so im Durchgespiel-Hype, dass ich vergessen hab, dass da noch ein optionaler Boss war, den ich nicht gemacht hab. Nennen. Ich hab Chat auch noch gefragt gehabt. So, hab ich irgendjemanden vergessen? Aber Chat hat mir dann noch mal geholfen, auch so wegen optionalen Bossen. Zum Beispiel dieser eine Drache da. Oh Gott. Oh, warte mal. Oh, ist sogar noch die erste. Oh, da komm ich noch nie hoch. Oh... Ich überlege gerade. 250 ist aber schon hart. Ja, aber ich hab halt Malenia und Helm hier stehen. Allein... der Vollständigkeit halber will, müsste ich ja fast... Ohhhh... Okay... Das ist doch nicht richtig. Muss ich... Den? Ah... Weil dann... Weil Rot und Rot zusammen gehen. Verstehe... Das ist eh schon ausverkauft. Das ist eh schon zu haben gewesen heute? Wait... Was? So! Ich hab' nen Haufen Geld ausgegeben. Ich hab' die Steuerung vergessen. Ach ne, das war jetzt falsch. Was? Was? Was mach' ich denn? Ich hab's diesem Mann und wir die Karteneinkäufe anschreiben. Ja... Der wird sich freuen. Hey, ich kenn' deine Frau aus dem Internet. Gib' mal Kreditkarteninfos. Das wird der bestimmt machen. Äh... Warte mal, das ist eh... Ah? Das würde dann wär's, glaube ich, für ich einfach zu dumm bin. Ich soll da oben lang gehen. Ah... Ah... Ich hab' ja die Hütte von irgendjemandem gefunden. Soll' mal vandalieren. Was hast du jetzt gekauft? Ich! Die ganz große, dicke Elden Ring-Box. Mit der Figur. Ärgere ich mich ein bisschen, dass die so teuer ist? Ja. Werde ich mich freuen, wenn sie da ist? Ja. Die für 250. Ja... Nein! Winter hat sie auch gekauft, ja? Ja... Also, ich bin nicht alleine. So verrückt. Und wenn Sona noch da ist, überlegt er wahrscheinlich gerade. Sona liebt es, Geld auszugeben. Äh... 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 Und sechs Ketchup. Achso. Nudeln, sechs Ketchup. Genau. Eine Packung Nudeln und sechs Flaschen Ketchup gibt's dazu. Ich, Entschuldigung, ich hasse Ketchup auf Nudeln. Es ist... Für mich ein Unding. Komm doch nicht hoch, ne? Wo schießt ihr denn hin? Hier hat's einfach zertatscht. Huuu! Oh mein Gott! Häh! Was hat... Was hat... Was ist er denn? Was gab's immer... Zuckernudeln? Was sind denn Zuckernudeln? Dann schießt der aber über mich. Fuck! Soll ich jetzt sagen, der trifft ja gar nichts. Bam! Hat er mich getroffen. Hmmm... Nudeln mit Zucker. Ja, aber... Das ist doch kein Essen. Hä? 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 Arme Leute essen halt. Die hätten jetzt auch nicht viel Geld, aber... Weiß ich nicht, so eine Packung passierte Tomaten Das hat auch nur 40 Cent Die billige halt Einfach das nehmen, das reicht doch Hallo Melchi, Nudeln mit Zucker Hatten wir auch mal, meine Schwester hat das voll geil Ich fand es widerlich, ich ändere es nicht mal Ich muss sagen, von der Beschreibung Nee Nee, aber was Zucker Ich habe noch Donuts von meiner Donut Bestellung Hast du bei Hier, wie heißen sie Ja, hast du bei denen bestellt Du weißt schon Das ist aber wieder, aber sie sind so teuer Milchnudeln sind geil Ich glaube, Milchnudeln ist geil Der ist da doch durchgekommen Ich glaube, Soda will auch nicht mehr antworten Der schämt sich jetzt, weil er es auch gekauft hat Ähm Hm Achso Ich könnte all meine Nudeln haben Milchis Nudeln ist bestimmt auch geil Aber die meinte ich nicht Äh Jo Also der muss erst mal hoch Jetzt komme ich aber nicht in die Münze Ja, egal, Schatz, die Münze Ich verstehe, das Rätsel war auch nicht so wichtig Oh, geil Ist aber schon Damit habe ich es nicht gerechnet Jetzt kommt so ein bisschen Rätselaspekt mit rein Ich weiß nicht, ob ich das gut finde Weil ich ja komplett alles zufülle Jo Funktioniert, ne Oh Gott Ähm Nicht, 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 nicht Ich bin an ein paar Sachen vorbei Oh, das ganze Ding ist kaputt Aber Level beendet Und damit auch die Demo, ne So, wer meint ihr, es gibt noch drei Level Ja, das hat jetzt 25 Minuten gedauert Ich musste eine Bestellung tätigen Vielen Dank für das Spiel Das Spiel erscheint 2024 War funny Das, das, doch, doch Das war lustig Hat eine geile Mechanik Doch, doch Das FPS Ja, das war still